Silas Jena beschäftigt sich beruflich mit IT-Technik und Datenschutz. Deshalb wollte er wissen, nach welchen Richtlinien Thüringer Behörden ihren Datenschutz organisieren. Er sendete eine Anfrage an mehrere Ministerien und bekam viele Informationen, außer vom Innenministerium. Das schickte erst mal einen Kostenvoranschlag über 182 Euro Gebühren. Das war schon sehr überraschend für mich. Ich habe damit in keinster Weise gerechnet und insbesondere auch die Höhe, fast 200 Euro, da habe ich mich schon erst mal sehr hingesetzt und geschluckt. Jens Kubizil beschwert sich und schaltet den Thüringer Informationsfreiheitsbeauftragten ein. Lutz Hasse muss öfter in solchen Fällen vermitteln. Oft verhinderten Gebühren, dass Bürger ihre Rechte nutzen können. Nach bisheriger Rechtslage darf die Behörde ja Kosten erheben, aber wir hinterfragen dann schon, wie kommt das zustande. Und wenn der Informationsfreiheitsbeauftragte dann aufkreuzt, dann ergeben sich manchmal schon Verhandlungsspielräume. In diesem Fall aber hält das Thüringer Innenministerium dagegen. Die Anfrage sei eben keine einfache Auskunft, kostet teure Zeit ihrer Experten. In dem Fall sind ja relativ viele Abteilungen betroffen gewesen. Also jede Abteilung musste einzeln zuarbeiten und einzeln überprüfen, auch inwieweit Sicherheitsbelange betroffen sind. Information kontra Kosten. Lutz Hasse will jetzt für Thüringen ein Transparenzgesetz vorschlagen. In Zukunft sollen Behörden zugängliche Daten einfach ins Netz stellen müssen. Für Bürger wie Jens Kubizil dann kostenfrei. Ziel aus Jena beschäftigt sich beruflich mit IT-Technik und Datenschutz. Deshalb wollte er wissen, nach welchen Richtlinien Thüringer Behörden ihren Datenschutz organisieren. Er sendete eine Anfrage an mehrere Ministerien und bekam viele Informationen, außer vom Innenministerium. Das schickte erst mal einen Kostenvoranschlag über 182 Euro Gebühren. Das war schon sehr überraschend für mich. Also ich habe damit in keinster Weise gerechnet und insbesondere auch die Höhe, fast 200 Euro, da habe ich mich schon erst mal sehr hingesetzt und geschluckt. Jens Kubizil beschwert sich und schaltet den Thüringer Informationsfreiheitsbeauftragten ein. Lutz Hasse muss öfter in solchen Fällen vermitteln. Oft verhinderten Gebühren, dass Bürger ihre Rechte nutzen können. Nach bisheriger Rechtslage darf die Behörde ja Kosten erheben, aber wir hinterfragen dann schon, wie kommt das zustande. Und naja, wenn der Informationsfreiheitsbeauftragte dann aufkreuzt, dann ergeben sich manchmal schon Verhandlungsspielräume. In diesem Fall aber hält das Thüringer Innenministerium dagegen. Die Anfrage sei eben keine einfache Auskunft, kostet teure Zeit ihrer Experten. In dem Fall sind ja relativ viele Abteilungen betroffen gewesen auch. Also jede Abteilung muss da einzeln zuarbeiten und einzeln überprüfen, auch inwieweit Sicherheitsbelange betroffen sind. Information kontra Kosten. Lutz Hasse will jetzt für Thüringen ein Transparenzgesetz vorschlagen. In Zukunft sollen Behörden zugängliche Daten einfach ins Netz stellen müssen. Für Bürger wie Jens Kubizil dann kostenfrei. Nicht honąt nicht, aber vorhin nicht. Wanderhalle ist sexuelle Aufsturesser. Musik Musik Vielen Dank.